Du bist die Kraft, die aus Liebe, Wunderschaft. Herzlich Willkommen in Arnis Welt. Das Großsteingrab bei den Düwelskuhlen mit der Sprockhoff Nummer 831 befindet sich in Stavarn. Es liegt direkt an der Stavärner Straße und ist auf der Megalithenstraße aufgeführt unter 15a. Leider gibt es keine Hinweisschilder direkt zu diesem Grab, was direkt neben einer Bushaltestelle liegt. Ein Großteil dieses Dolmens blieb lange unter einem Erdhügel verdeckt. Erst im Jahre 1932 begannen systematische und wissenschaftliche Ausgrabungen. Unter Dr. Karl Hermann Jakob Friesen wurde dieses Grab, was fast vollständig erhalten blieb, untersucht und freigelegt. Insgesamt umfassen 35 Steine den Hügelfuß. Was auffällt, dass diese Steine fast alle konisch nach oben hin zulaufen. Die Länge des Steingrabes beträgt 9 Meter. Die ostwestorientierte Kammer wird aus jeweils sieben Tragsteinen an den Längsseiten und jeweils einen Tragsteinen an der Schmalseite gebildet. Vier Decksteine sind erhalten. Einer der Decksteine des aus zwei Tragsteinpaaren gebildeten Zugangs liegt heute außerhalb der Steinkammer. Einer der Decksteine des Cyoutine des Hügelfs Bei den Ausgrabungen des Großsteingrabes wurde im Inneren der Kammer eine große Anzahl an Keramikscherben der Trichterbecherkultur gefunden. Ebenso Pfeilspitzen aus Feuerstein. Ein Steinbeil und etwas ganz Besonderes. Ein Anhänger aus Gagat, was auch als schwarzer Bärenstein bezeichnet wird. Gagat lädt sich durch Reibung elektrisch auf und wird für Schmuck oder als Brennstoff benutzt. Auch Kupfer wurde in dieser Grabkammer gefunden. Mein Gesamteindruck dieses Dolmens war eine Mischung aus Boah, echt sehr gut erhalten und interessant, aber leider nicht schwingungsaktiv. Mache Dir gerne selbst ein Bild von diesem Dolm und fühle Dich rein. Bis zum nächsten Mal. Deine Arnie Bis zum nächsten Mal.